Ist Wasser ohne Kohlensäure gesünder? Kohlensäure ist natürlicherweise in Mineralwasser enthalten. Mineralwasser entstammt unterirdischen Regenwasserreservoirs. Auf seinem Weg durch das Gestein wird das Wasser gereinigt und mit Mineralien angereichert. Kohlensäure ist in Wasser gelöstes Kohlendioxid, unter Druck bleibt es gelöst. Weiteres Kohlendioxid darf beim Abfüllen zugesetzt oder entzogen werden. Beim Öffnen der Flasche entweicht das Gas per Bläschen. Unser Körper entledigt sich des CO2 durch Aufstoßen über das Blut oder die Lunge. Für gesunde Menschen ist Kohlensäure kein Problem. Nur bei Magen-Darm-Problemen oder einem Blähbauch ist stilles Wasser empfehlenswert. Wasser mit Kohlensäure schmeckt in der Regel frischer. Aber vor allem der Mineralgehalt entscheidet über den Geschmack eines Mineralwassers. Untertitelung des Kohlensäurendakobn Untertitelung des Kohlensäurendakobn Bis zum nächsten Mal.